Guten Tag! Ja, Sie dürfen mir sehr gerne behilflich sein, denn Ihre Auswahl ist so groß, dass ich auf jeden Fall Ihre Hilfe benötige. Genau. Ja, ich bin auf der Suche nach einer schönen Kette oder eventuell auch nach mehreren. Ich habe meine Schmucksammlung ausgemistet und bin jetzt auf der Suche nach neuem Schmuck. Es dürfen ruhig mehrere Ketten sein und ein paar Ohrringe, weil da habe ich so ein paar und da muss ich aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Also wenn Sie mir da behilflich sein könnten, das wäre echt super. Ja klar, wir können uns super gerne duzen. Das ist ja immer ein bisschen schöner und persönlicher. Ja. Okay. Ja. Genau. Welche Farbe? Also es dürfte sowas in die Richtung Gold sein. Ich bin ein absoluter Fan von Gold und ansonsten lasse ich mich eigentlich überraschen. gern etwas Funkelndes. Ich bin auch total der Glitzer-Mensch. Und eventuell was mit Muscheln, wenn du da was da hast. Ja, ich liebe nicht nur Glitzer, sondern auch Muscheln, die erinnern mich immer so ans Meer. Und ja, das gefällt mir einfach total gut. Vor allem jetzt in der aktuellen Lage, wo man nirgendwo hin kann. Und vermutlich wird das auch noch dauern, bis man irgendwo wieder hin kann in Urlaub. Und deswegen würde ich mir den Urlaub gerne hierhin holen. Ja. Ja klar, fangen wir ja gerne erst mit den Ketten an. Nee, von der Marke habe ich noch nicht gehört. Ist Happiness Boutique neu auf dem Markt, oder? Hm. Hm. Ja klar, schaue ich mir super gerne an. Das erste Kettenmodell. Dankeschön. Wow, die Verpackung ist ja auch richtig schön. Ja, total Frühlingshaft auf jeden Fall. Mit dem Blümchen. Ja, da schaue ich doch gerne mal rein. Oh ja. Die gefällt mir aber sehr, sehr gut. Das sehe ich jetzt schon. Ja, das ist so eine Art Joker. Ich werde mir die mal versuchen anzuziehen. Ich lege mir die mal um. Ich hoffe, ich wende jetzt auf das Loch. Und das Gute ist auch, dass man die auf mehreren Stufen einstellen kann. Das finde ich auch immer sehr praktisch. Und ja, ich gucke mal da vorne in den Spiegel. Ja, die gefällt mir richtig gut. Vor allem, die kann man etwas lockerer tragen, aber auch enger, wenn man möchte. Ja. Okay. Ah, man kann hier mehr anlassen. Das ist ja super. Unter der Dusche denn auch, oder? Ja. Ja, manchmal bin ich da so ein bisschen faul und lasse die Sachen gerne an. Deswegen ist das praktisch, wenn man die auch anlassen kann und die sich dann nicht verfärbt. Und die gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Auch mit diesen kleinen Details zwischen den Coins sozusagen. Ich würde sagen. Richtig, 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 richtig schön. Die ist auf jeden Fall mein Favorit. Und, genau. Wie teuer ist die denn? Ja. Okay, das geht ja noch. Ja. Ja. Ich bin aus Boutique ist wirklich ein richtig schöner Name für eine Firma. Ja. 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 Okay. Ja. Da hast du auf jeden Fall meinen Geschmack sofort getroffen. Happiness looks gorgeous on you steht in der Verpackung. Auch sehr schön, dass die einem so kleine Messages mitgeben. Sehr cool. Ja. Ja. Die ist auf jeden Fall total meins. Mit so einer süßen Muschel. Ich guck mal da wieder in den Spiegel. Also, ja. Wunder, wunderschön. Mit der goldenen Kette. Die hast du auch in Silber. Ich nehme lieber die goldene. Das ist ja mehr meins. Die ist gekauft. Das kann ich dir schon mal direkt sagen. Und bei dir ist das auch so, dass man die im Meerwasser ansinken und unter der Dusche. Bei allen Sachen. Okay. Ja. Die geht definitiv mit. Ja. Die geht definitiv mit. Wie liegt die denn preislich? Okay. Ja, das geht ja. Gut. Wir können gerne auch zur Abwechslung mit den Ohrringen weitermachen. Okay. Danke schön. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was du da für mich ausgesucht hast. Okay. Ja. 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 Die sind sehr, sehr. Die sind sehr sehr toll. Die sind echt toll. Wow. Ja. 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 Die gefallen mir auf jeden Fall richtig gut. gut, die passen auch, äh, sehr gut zur ersten Kette. Das hast du sehr schön ausgesucht. Vielen Dank dafür. Ich nehm die mal wieder raus. Die werde ich auf jeden Fall auch nehmen. Ich hab mal mehr den anderen Ohrringen wieder rein. Zack. Ja, wenn ich die jetzt nehme, bin ich ja eigentlich auch dazu verpflichtet, die erste Kette zu nehmen, weil die einfach so gut zusammenpassen. Okay, jetzt sollen wir mal weitermachen. Ja, okay, weiter geht's mit der letzten Kette vorerst. Okay, ja, dann sag ich dir mein Feedback. Dankeschön. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Oh ja, wow, die haben wirklich richtig, richtig schönen Schmuck. Happy Nuss looks gorgeous on you. Den Spruch hatten wir ja gerade schon mal. Die sieht auch fabelhaft aus. Sehr, sehr schön. Ja, genau, und da ist Glitzer, etwas Glitzer drin. Ja, ich lass die da drin besser jetzt. Ich guck mir gerade mal an, hier, der V-Schluss, das sieht ja alles toll aus. Die gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Sehr, sehr schön. Ja, weißt du was? Da ich so viel ausgemistet habe und ich die alle extrem schön finde, werde ich alle nehmen. Ja, die Sachen gefallen einfach so gut. Ja, ich nehm definitiv alle. Danke für die tolle Beratung auf jeden Fall. Bei wie viel Euro sind wir denn dann insgesamt? Oh echt, das ist ja cool. Ja, mit Rabattcode. Mega cool, danke. Das ist echt toll. Okay. Gut. Dann ist ihr das Geld. Bitteschön. Danke. Danke auch wirklich für die tolle Beratung. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich komme bestimmt nochmal wieder. Ja. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und ja, dann sage ich mal bis bald, irgendwann. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.